Seventy-Zap-Zap! Noch 3.000! Ich hätte doch alternativ einfach auch jetzt ja Dings canceln können, aber hey. Soll's. Sie ist ja eh gleich tot. Echt, Mann? Das musst du bereuen! Ah, Tio, es dauert zu lang. Ich wollte es eigentlich episch mit Tio beenden, aber... Komm, vielleicht kann er es ja beenden. Äh, Eis macht 1.200 oder so Schaden. Kannst du den Rest noch runterkloppen? Komm, Marry, lass den Kampf beenden. Für Tio! Seien Tios dran? Ja, Tio ist dran. Nee, nee, wir lassen es Tio beenden. Das ist Tios Angelegenheit! Schachmatz! 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 Echt mal halt! Balor! Und level up! Und level up! Darf ich zum Speicherpunkt zurück? Das ist der Kontrolle des Demons Law, der zuerstörte und die Waffe des Windes verbreitet wird. Let's do it then. Ne, ich will das mal Speicher nicht, dass es hier schon wieder Spiel meint abzustürzen und sich den Kampf schon wieder machen muss. Weil im Dialog davor konnte ich nicht überspringen, musste ich mir immer anhören, ansehen eher und bla bla bla. Böse Dinge gehen hier vor sich, schalalalalalala. So, jetzt können wir es gerne ausschalten. Tick-tack, 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 destroy it all! Ähm, das meinte ich eigentlich nur aus Scherz, aber yay! Our resources under the control of the Legion of Darkness have been rendered inoperative with no immediate threat in the vicinity, the granite saber will have deactivated its protective wind barrier. Let us go! Ja, auf zum Schwert! Und dann ziehen wir es aus seinem Stein und Riode wird König von England. Moment. Ja, du bist jetzt auch still gestanden. Stillstand, wunderschöner Stillstand, Stillstand, Stillstand. Was ist das für ein Geräusch? Überhaupt. Da ging es raus. Ja, ja. Riechst du schon wieder irgendwas in der Luft? The wind has subsided. Yo! Der Weg steht uns frei! Awww! Das sieht doch noch mit einem Schwert aus! Das ist eine sehr gute Frage! Hm. Hm. Ich meine, wir haben ein gigantisch fucking großes Schwert! Da vorne rumstehen. Und wir sind so klein! Wie sollen wir das mit nach Hause nehmen? Ist hier sonst noch irgendwas? Nö. Okay. Gehen wir weiter. In Richtung Schwert. Da waren nur die kaputten Bobotchen. Ein bisschen我們hagen. Ah-my-be-be-be-be. Bam-bem-be-be-be-b-b-b-b-b ...bem-be-bem-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b. Das Schwert. So, wie nehmen wir das jetzt mit? Hey Selene, auch mal wieder da. Nicht mal. Was? So höll? Was? So höll? I don't like it Schwarzes Blut ZENSUR Hi Priestess Selene, just what is the meaning of this? Oh, body of Valmar, I sacrificed this one to you Yo Und das heißt Ist das eine ernst gemeinte Frage? Valmar, bist du das? Was das? Was das? We gotta stop her But how can we? I don't know how to do it It's fine for Milenia This is my mission I see I... What's the matter? Milenia? Milenia? Do as you wish Just as they planned, eh? Well, the best laid plans Milenia? What's going on? Can't hear you! I'm gonna take on that behemoth And you're gonna help me Come on, let's rock! Okay, fliegen wir da jetzt zu dritt drüber To viert Come on, be inside of it now Just what the hell are we supposed to do? It will take out its core There's no way in the hell The thing will keep moving I don't give a damn how big it is Right, then let's do some damage Milenia hat uns gerade alle rüber geflogen Sind wir nicht zu schwer für sie? Kriege ich einen Speicherpunkt vielleicht? Dieses Geräusch, wie man über Fleisch läuft Ah, Speicherpunkt, geht doch Ja, da haben die einfach mal so den Körper von Weimar freigelassen Und jetzt sind wir in so einem Innern Auf der Suche nach so einem Kern Jaja, die Kirche ist nicht immer heilig, Leute Ähm, mal ausrüsten Aaaaaah Innah, equip Erstmal wieder Eier tauschen Obwohl Ich kann Milenia auch einfach das Sternenei geben Weil da hat sie ja auch Lightning drinne Feuer ist drünne, ja. Explosion wird drünne sein, Erde ist drünne. Dann wird sie hauptsächlich angreifen. Das macht eigentlich mal ein Signal. Katz-MP-Conception. Heißt das, dass ich 15% weniger Mana verbrauche? Dann würde ich ihr das mal ausrüsten. Windbräsen... Oh, das sieht doch schick aus! Irgendwas, was ich Millenia geben will? Vielleicht sollte ich aber erst mal, bevor ich irgendwas mache mit den Skills. Neuer Ei-Power ab... Zapp voll... Boom einfach mal... Burnflame voll... Äh, wie viel habe ich... Bei Riodo... Drei Sterne... Hm... Wir können uns das auch mal angucken. Dragon Zap! Enemy-Line! Enemy-Line! Wiederbeleben! Wiederbeleben! Hm... Das schon mal... Das schon mal... Das schon mal... Hier eins... Da eins... Das ist zu teuer... Das ist zu teuer... Speedie... Okay, okay, okay! Was können wir denn hier so andrehen? My Vitality... Um 800 mehr leben? Fangen wir erstmal so an.